Sie haben nichts Unrechtes getan. Aber Sie haben es doch selbst gehört, er will nicht mehr führen. Tun Sie, was Sie wollen, das waren exakt seine Worte. Was Sie mit Ihren medizinischen Forschungen erreicht haben, dafür werden Ihnen kommende Generationen dankbar sein. Na prächtig, und wenn er sich gefangen hat, wie geht's dann weiter? Ich übernehme für alles die volle Verantwortung. Der Zeitpunkt ist da, wir sollten das Spektakel wählen. Wir sprechen ein andermal darüber. Wenn Sie diese Pläne verwirklichen wollen, dann sollten Sie Berlin verlassen. Was soll das heißen? Sie können Fägelein nicht finden. Soll der Eidenssagen hindern, selbstständig zu denken? Dann suchen Sie ihn! Ich will Fägelein sehen! Zerfahrt! Das sind doch alles ohne Phrasen! Wir müssen jetzt handeln! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Wie bitte? Verrat! Bringen Sie mir Fägelein! 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 Fägelein!